Wir haben es mit einer gemeingefährlichen Psychopathin zu tun, die in 5 Minuten 23 Menschen auf bestialische Weise getötet hat. Hast du deinen Spaß? Wenn es uns nicht gelingt, Lucy aufzuhalten, ist die gesamte Menschheit im Untergrund. Ihre Aufgabe ist es, sie umgehend zu finden und aus dem Quartier zu ziehen. Mach dich bereit zu sterben, du verdammte Hexe! Das ist jetzt ein kleines bisschen unfair, oder? Ich will, dass du jemanden tötest, Lala. Es ist jemand, der wie du es war, ein Geklone ist. Hat mir nicht wehgetan! Ich werde dir zeigen, was richtig weh tut! Und das eben hat das wehgetan. Ohne Zweifel ist sie Lucy in jeder Hinsicht weit überlegen. Allerdings ist sie ein Monster, dessen einziger Lebens in der Halt es ist, Menschen zu töten. Warum? Du hast doch gesagt, sie ist die Einzige, die ich töten darf, oder? Na, dann wäre es doch eine Riesenverschwendung, sie schnell zu töten. Es stimmt wirklich, da war ein Mädchen mit Hornan und das hat alle totgemacht. Ich will nicht, dass du gehst. Komm, ich hab deine Familie getötet, Horta. Das Mädchen von damals, Punkt auf Nuh, der will ich nicht. Keiner kann mich töten! Hörst du keiner? Halt, oder willst du das nicht sehen, Leute? Halt, oder willst du das nicht sehen, Leute? Geben Sie aber, wenn wir eine zusammenhören, dann kommen wir Leute, Leute! Untertitelung des ZDF, 2020